Spiel mit mein-gitarren-plus.de Das Format für Gitarrenanfänger Du hast noch keine Gitarre? Na dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich ein paar Empfehlungen verlinkt. In diesem Video lernst du den Akkord E-Moll. Versuche immer auf den ersten Schlag in jedem Takt deinen gelernten Akkord anzuschlagen. Die Geschwindigkeit wird sich im Laufe des Videos erhöhen. Lege deinen Mittelfinger mit der Fingerkuppe auf den zweiten Bund der A-Seite. Den Ringfinger legst du mit der Fingerkuppe auf den zweiten Bund der D-Seite. Lasse deinen Daumen unbedingt hinter deinem Griffbrett. Dieser ist wichtig für den Widerstand. Achte darauf, dass deine Finger eine Brücke über alle leeren Seiten bauen, damit diese beim Anschlagen freischwingen können. Spiel mit und schlage deine Seiten mit dem Daumen deiner Anschlagshand von der sechsten bis zur ersten Seite mit mir gemeinsam zum Rhythmus an. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.